Willkommen zurück zu einer neuen Runde Fall Guys. Ja, weiter geht's. Sorry für den Huster. Ja, Episode 6. Ich würde sagen, same procedure as last time. Einfach mal die nächste Show spielen, hoffen, dass es besser wird. Auf eine bessere Connection auf jeden Fall hoffen. Die war das letzte Mal nämlich alles andere als Premium. Na komm, die 20 Spieler werden sich wohl auch noch finden. 4, 3, 2, 1. Dann geht's halt nur mit 40 Leuten los. Ja, es ist... Das spricht auch schon wieder für eine schlechte Con. Gip... Ne, Wipfelwirrwa. Hat nur... Ja, ich habe das Gefühl, es wiederholt sich doch jetzt recht oft. Müssen wir vielleicht mal für die nächsten Folgen mal einen anderen Kurs auswählen. Da gibt's, glaube ich, aktuell vier verschiedene Kurse. Also Shows. Oder wie wir das Spiel sie auch immer nennt. Überwinne die Dschungelhindernisse und renne zur Ziellinie. Drei, zwei, eins, go! Guter Start. Guter Start. Das lief erstaunlich gut. Nein! Nein! Entschuldigung fürs Schreien. Ich verliere diese Runde. Das glaube ich jetzt nicht. Oh! Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Das ist geil. Das glaube ich einfach nicht. Ah! Geiler Anfang. Da laufe ich so gut durch, nur um am Ende... Ja. Wir gehen in die nächste Show. Ja. Was kann ich sagen? Das war unterwältigend. Na ja. Neue Show, neues Glück. Totale Schieflage. Hoffentlich läuft's jetzt hier besser. Das war gerade echt... tiltend. Das war... frustrierend. Aber auch selber schuld. Ich hätte mich einfach in dem Rad drehen lassen sollen, bis ich an der richtigen Stelle bin und dann einfach runterspringen. Aber gut. Im Nachhinein ist man da immer schlauer. Oh! 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 Du, Hu! Ah, ich... Ich... Ress dich, ey. Ah! Ich bin einfach im Kreis gelaufen. Nein! Ah, alles wieder neu. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich auch hier das Ganze vergeige. Alleine schon. Ja, jetzt komme ich hier wieder nirgendwo drauf. Was? Ja. Oh. 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 Ich bin einfach zu schlecht dafür. Ich glaube... Diese Runde kann ich hakern. Ja. Kann ich hier noch irgendwo drauf springen? Perfekt. Perfekt. Gut. Gut, das ist nochmal zumindest ansatzweise gut gegangen. Auch wenn das schon arg schlecht auch von mir war. Aber das ist so immer die Map, wo am Ende alle echt... Weiß ich nicht. Also es dauert immer recht lange, bis alle Leute im Ziel sind. Dass jetzt so oben rechts der Counter wieder anfängt. So, dass wir jetzt... Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob noch einer sich qualifiziert hat oder ob der Counter einfach nur abgelaufen ist. Naja. Nächste Runde. Und hoffen wir mal, dass das etwas... Am besten nochmal so eine... Ja, ich weiß gar nicht. Eine von diesen helleren... Dieses mittelalterliche Hindernis... Dieser Hindernisparcours, der wäre jetzt ganz gut. Da, da war er gerade. Ich habe ihn gesehen. Und... Oh nein. Perfektes Par. Habe ich, glaube ich, noch nicht überstanden. Also das letzte Mal nicht, zumindest. Wir schauen mal. Ja, nur über ein stimmendes Symbol eingehen. Sonst geht's ab in den Schleim. Schwein gehabt. Schwein gehabt. Ich muss ehrlich... Da habe ich Schwein gehabt. Ich muss ehrlich gestirmen. Am letzten bin ich einfach nur in die Mitte gesprungen, wo die ganze Pulk von den Leuten war. Aber so viele sind auch gar nicht rausgeflogen. Hoverboard-Helden. Überleben. Um ins Ziel zu kommen, fall nicht vom Hoverboard. Überlebe bis zum Schluss. Ich meine, das hätte ich noch nicht gehabt. Okay. Ich denke mal, das fällt da jetzt einfach durch und ich muss springen, hüpfen und irgendwie da vorne im Ziel ankommen. Hmm. Erstmal schauen, also so richtig wäre ich noch nicht schlau aus der Map, aber Hall Ich bin weg Ja, das war mehr als schlechtes Timing Naja, immerhin in die zweite oder dritte Runde geschafft, dritte war es glaube ich Nicht schlimm, da stand es auch dritte Runde Ich würde sagen, nächste Show Der Kreisel Hatte ich glaube ich auch schon mal, aber wenn in einer der ersten drei Folgen Nicht in der letzten Nicht in der letzten drei, die ich jetzt fast alle an einem Stück eigentlich aufgenommen habe Von daher Naja, schau Warum habe ich das Gefühl, dass ich hier so Nicht negativ denken Wir laufen einfach mal Ja Oh, das ist so nervig, ne Dieses Massen Dieses Massenkuscheln da an diesen Ja, an diesen Kletterpassagen Naja Natürlich Oh Mensch Das wird jetzt wieder Pick Nicht fluchen, nicht fluchen, nicht fluchen Oh Ja, ich bin raus Oh Ja, ich bin raus Ach Was ist das denn? Ja Ja, ja Komm Ja, komm Ich gehe in die nächste Show Das ist jetzt gerade Eigentlich so gut durchgekommen Das heute echt wäre So eine Tilt-Folge Glaube hier nach Ist auch erstmal Für mich jetzt In der Session Feierabend Aber das soll uns Nicht vom Spiel Ablenken Totale Schieflage Eigentlich an der Map, die uns liegt Oder die mir liegt Hoffen wir das Beste Und Abfahrt Oh Junge Wer Ich merke Das ist Ich bin einfach jetzt leise Und versuche mich zu konzentrieren Ja 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 Versuche mal den anderen Weg zu gehen Oh Ja Und zu Na noch ist alles in Ordnung Was mich hier echt so meistens tiltet Ist diese Blockade durch andere Mitspieler Aber das macht wohl dann auch Ein bisschen den Reiz aus Gut Die Passage haben wir schon mal Na ja Macht das auch gut Wow Das war Das war unlucky Er hat auch schon gedanklich aufgegeben Ja Dürfte ja jetzt auch gleich vorbei sein Ich glaube hier haben wir unseren letzten Oh Oder auch vielleicht nicht Hey Wieder am besten Unter den besten 50% Nächste Map Nächste Map Oh nein Was ist das mit den Eiern oder Nee Okay Ich dachte das was in dem Durchlauf als letztes kommt Das wäre die Map Tundra Lauf Ja probieren wir mal Hatten wir schon mal Ich meine hätten wir auch schon einmal geschafft Ach das ist das mit dem Windrad Ach das ist das mit dem Windrad Da habe ich auch schon die ein oder andere Quasige Minute dran verbracht Na ja Na ja Positiv denken Und go Ja Ja Natürlich Sehr sauberer Jumpert Das war clean Das war sehr clean Komm Ich wollte gerade sagen Er Komm er auch noch Ah ne Nun war es ein anderer vorher Egal Dritte Runde Da waren es nur noch 30 Ich glaube noch der Runde war auch Feierabend für heute So langsam ist nach Knapp zwei Stunden Ne Wie lange Ach Quatsch Zwei Stunden Nach anderthalb Stunden Aufnahme Ist gleich auch Die Luft erstmal raus Perfektes Paar Oh Oh Das haben wir das letzte Mal auch hingekriegt Jetzt wird es interessant Am besten jetzt auch mal wirklich aufpassen Und nicht immer nur auf den Auf die Schwarmintelligenz hier in der Runde Auf Hoffnung nehmen Jetzt wird es interessant Kann einfach stehen bleiben Ist gut Ich spekuliere auf Kirsche Kirsche Banane Oder Melone Ich scheine Bei dieser Map heute ein gutes Händchen zu haben Vierte Runde Ich glaube das erste Mal sogar War jetzt aber auch eine gute Auswahl an Maps Zum Schluss Muss man sagen Es sind einfach nur zwei herausgeflogen Oh Ist jetzt schon Finale Sprungklapp Überleben Springen über den Drehbalken Und fallen nicht in den Schleim So ist es Das ist noch nicht Finale oder Und bis jetzt ist es ja noch relativ Sinn Nicht sinnbefreit Aber Schreie So ist es noch ein paar nein das ist nicht wahr ich bin selber schuld ich habe dieses ding gerade für einen hauch für einen hauch von zeit für eine millisekunde unterschätzt habe gedacht ach ja einfach nur camp und leertaste drücken ja kommen und dann direkt bestraft das wäre meine chance mal ein finale einzuziehen gewesen egal leute ich würde an der stelle sagen danke fürs zugucken es war eine etwas ja schlechtere folge muss ich selber gestehen ich habe den bogen nach zwei drei folgen am stück etwas überspannt immerhin war die connection etwas besser wie das letzte mal ich würde sagen ich bedanke mich fürs zugucken und bis zum nächsten mal macht's gut ciao